Du bist als Kind zu heiß gewadet worden, dabei ist dir bestimmt geschadet worden. Mein lieber Freund, ich sag dir ins Gesicht, du interessierst mich nicht, du interessierst mich nicht. Du bist als Kind zu heiß gewadet worden, dabei ist dir bestimmt geschadet worden. Drum rat ich dir um jeden Preis, wenn du schon badest, wade nicht zu heiß. Solange ich noch sowas machen kann, ohne eingesperrt zu werden, ist es gut. Wir sollten aber darauf schauen, dass es auch so bleibt und nicht schlimmer wird.